Der Mörder hat immer einen zweiten Auftritt. So leicht bin ich nicht klein zu kriegen. Jetzt nehme ich blutige Rache. Niemand bringt mich um und überlebt es. Wieder da und immer noch blutdürstig. Dachtet ihr etwa, es wäre vorbei? Ist gar nicht so einfach, einen Killer zu töten. Hätte das nicht ein Stuntman machen können? Ihr könnt mich nicht vor dem großen Finale rauswerfen. Im Film sieht das gar nicht so schmerzhaft aus. Nicht besonders überraschend, aber na gut. Habe gefährlich wenig Munition. Mir geht der Kampfsaft aus. Meine Waffe kriegt Hunger. Großes Kaliber. Werfermunition. Mittleres Kaliber. Schrotmunition. Kleines Kaliber. Habe gefährlich wenig Munition. Mir geht der Kampfsaft aus. Meine Waffe kriegt Hunger. Lade nach. Ich wechsle das Magazin. Wechsle Magazin. Willst du sterben? Du kannst den Tod nicht töten. Die Bastarde wollten mich erschießen. Unter Beschuss. Warum sind Messer eigentlich aus der Mode gekommen? Stehe unter Beschuss. Wissen die nicht, wer ich bin? Scheiße. Werde beschossen. Verdammter Scharfschütze. Feindlicher Schütze. Bombenträger am Boden. Zurück, sonst seid ihr die Nächsten. Bumm. Bombenträger tot. Feindlicher Infanteriepanzer ausgeweidet. Feindliches Kampfflugzeug runtergeholt. Runtergeholt. Feindlicher Heli vernichtet. Erledigt. Feind abgemurkst. Todesursache? Ich. Feind erledigt. Betrachte dich als ausgeweidet. Deine schicke Panzerung hilft dir auch nicht mehr. Feindlicher VTOL eliminiert. Feindliche Konterdrohne am Boden. Geschütz ausgeschaltet. Feindliches Schildgeschütz zerfetzt. Da wurde die komplette Stadt massakriert. Feindliche Drohne geschrottet. Feindlicher Wilson vernichtet. Ha! Es braucht mehr als das, um mich umzubringen. Den Schmerz bin ich gewohnt. Macht einfach mehr Spaß. Ich verarzte mich grad. Panzerabwehrmine platziert und scharf. Claymore bereit. Überraschung! Setze Täuschgranate ein. Hast du das gehört? Ich lass ein bisschen Munition hier. Ladung platziert. Jetzt warten wir. Blendgranate geworfen. Na, wo bin ich? Werfe Granate. Granate geht raus. Magst du Feuer? Rakete unterwegs. Schreie in Dreh. Zwei. Setze Rauch ein. Wo bin ich? Hoffentlich mögen die Überraschungen. Betäubungsgranate geworfen. Setze Tränengas ein. Jetzt fangen sie an zu heulen. Benutze Termit. Trophysystem aktiv. Fühlst du dich schon sicherer? Vorsicht! Feindliches C4. Achtung! Blendgranate. Gas! 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 Achtung! Beschuss! Los! Entdeckung! Aufgepasst! Feindliche Granate. Achtung! Molotow kommt. Raketenwerfer! Wie unhöflich! Wir sehen uns in der Fortsetzung. Semtex. Da ist beschissenes Semtex an mir. Achtung! Betäubungsgranate. Termit! Du hast sie ausgenommen wie einen Fisch. Hältst du das für deinen Film? Was für ein Gemetzel. Beeindruckend. Du bist ein echter Killer. Sie hätten dir den Rest geben sollen. Steh auf, bevor ich dich persönlich töte. Du wirst leben. Fürs Erste. Du schaffst es in die nächste Szene. Also bitte. Das war doch ein Kinderspiel. Ja, ja. Ich hab es gesehen. Schön. Jetzt mach das nochmal. Nicht schlecht. Für einen niemand. Alle in Sicherheit. Wie schade. Willst du sterben? Nein? Dann ab in die Sicherheitszone. Nur wer seine Innereien sehen will, sollte aus der Sicherheitszone bleiben. Die Sicherheitszone ist weit weg. Jetzt aber schnell. Eine Kopfgeldjagd? Ich bin für die Jagd geboren. Schmuggelware? Nicht mein Stil, aber jeder wie er will. Ein Auftrag? Ich arbeite eigentlich eher auf eigene Faust. Die sind so gut wie tot. Aufklärung? Ich würde sie lieber bluten lassen, aber wenn es sein muss? Plündert ein bisschen Ausrüstung und verbreitet Schrecken. Hamstern? Ich liebe Schnäppchenjagd. Versorgungsstation. Seid ihr so schwach, dass ihr sie braucht? Die Versorgungsstation ist nah. Du stirbst erst, wenn ich es sage. Hier ist Primärausrüstung. Na, wer will etwas Spaß haben? Taktikgranate markiert. Großkalibrige Munition hier. Markiere Werfermunition. Mittleres Kaliber entdeckt. Markiere Schrotmunition. Wer braucht kleines Kaliber? Kann den Aufsatz jemand gebrauchen? Hier ist ein Visier. Seht ihr den Transportballon? Ja, habe ich gesehen. Ich trage eine Maske. Keine Augenbinde. Fass das an und ich bring dich um. Ich greif zu. Finger weg. Das gehört mir. Ich kümmere mich um dein Ziel. Verstanden? Ich komme. Du und ich. Schnappen wir sie uns. Ich sehe dich. Zeit zu spielen. Da ist mein nächstes Opfer. Ich sehe dich. Zeit zu spielen. Da ist mein nächstes Opfer. Was für ein schöner Mord. Von der Liste gestrichen. Das wird eine ordentliche Todesliste. Und ein weiteres Opfer. Feind geschlachtet. Hast du heimlich geübt? Da bewegt sich was. Opfer gesichtet. Das gehört mir. Da bewegt sich was. Opfer gesichtet. Das gehört mir. Zahlreiche Ziele gesichtet. Zahlreiche Ziele gesichtet. Fiese Sache. Sie haben Fallen gelegt. Feindliche Fallen hier. Macht keinen Unsinn. Vorsicht. Feindliche Fallen geortet. Schweres feindliches Panzerfahrzeug. Schweres feindliches Panzerfahrzeug. Kontakt. Feindliches Fahrzeug. Kontakt. Feindliches Fahrzeug. Feindliche EMP-Drohne. Feindliche EMP-Drohne. Verdammt. Wo ist unsere Beute? Verdammt. Wo ist unsere Beute? Feindlicher Einstieg. Sollen wir eine Überraschungsparty schmeißen? Markiere feindliche Landezone. Braucht jemand diese Gasmaske? Ich sehe sie. Aber wie kriege ich die über meine Maske? Gut. Bin unterwegs. Kopfgeldauftrag gefunden. Gehen wir auf die Jagd. Da ist ein Schmuggelwareauftrag. Wenn jemand will. Auftrag identifiziert. Meistgesuchtauftrag identifiziert. Hab einen Aufklärungsauftrag gefunden. Plünderungsauftrag lokalisiert. Hamsternauftrag identifiziert. Vorräte im Visier. Vorräte im Visier. Feindlicher Infanteriepanzer. Feindlicher Infanteriepanzer. Kampfflugzeug im Visier. Kampfflugzeug im Visier. Feindlicher Heli. Feindlicher Heli. Feindlicher Juggernaut. Feindlicher Juggernaut. Feindlicher VTOL. Feindlicher VTOL. Feindliche Aufklärung. Sie beobachten uns. Feindliche Aufklärung. Sie beobachten uns. Feindliche Konterdrohne. Feindliche Konterdrohne. Feindliches Geschütz entdeckt. Feindliches Geschütz entdeckt. Schildgeschütz verfügbar. Schildgeschütz verfügbar. Feindlicher Wilson! Feindlicher Wilson! Wollt ihr mich wirklich hinter euch haben? Blickt nicht über eure Schulter. Ich bin direkt hinter euch. Wollt ihr mich wirklich hinter euch haben? Blickt nicht über eure Schulter. Ich bin direkt hinter euch. Setze Wegpunkt. Wegpunkt markiert. Bewegung. Genau da. Das ist mein Jagdgebiet. Und so beginnt das Morden. Da ist der Tatort. Stapeln wir ein paar Leichen. Da, das ist die Absprungzone. Sehe ich etwa wie ein Amateur aus? Das ist eine gute Stelle für ein Massenwort. Landen wir da, dann verschone ich euch vielleicht. Wir sind hier nicht die Ersten. Seid vorsichtig. Hier ist schon alles ausgeblendert. Haltet die Augen nach einem Hinterhalt offen. Schon ausgeblendert. Warum habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden? Zugangskarte lokalisiert. Brauche Panzerung. Ich brauche eine Waffe. Sonst schaffe ich es nicht bis zum letzten Akt. Brauche großkalibrige Munition. Hat jemand Werfermunition übrig? Brauche mittleres Kaliber. Wer hat Schrotmunition? Ich brauche kleinkalibrige Munition. Sehe Auftragsziel. Sehe Auftragsziel. Objekt markiert. Objekt markiert. Eine Weste schützt vor Stichen. Feldaufrüstung hier. Hat jemand dafür Verwendung? Hier ist erste Hilfe, falls jemand so dumm ist, sie zu brauchen. Einsatzschild hier. Markiere Einzahlungsbereich. Bestätige den Einzahlungsbereich. Geldkiste markiert. Jackpot. Geldgesichtet. Bingo. Händler markiert. Vorratsstation. Verstanden. Ich höre dich. Und jetzt? Glaubst du, du hast hier das Sagen oder so? Ich höre dich. Und jetzt? Glaubst du, du hast hier das Sagen oder so? Ah, vergess das. Schon gut. Neuer Plan. Ich höre dich. Und jetzt? Glaubst du, du hast hier das Sagen oder so? Ich höre dich. Und jetzt? Glaubst du, du hast hier das Sagen oder so? Ich blute. Hilft mir mal. Wer mir nicht hilft, ist als nächstes dran. Hilft mir hoch. Ihr könnt das Finale nicht ohne mich starten. Muss ich jetzt Danke sagen? Was? Willst du eine Medaille dafür? Transport-Helikopter gesichtet. Weiß jemand, wie man das Ding fährt? Wer will fahren? Jemand muss das Ding fahren. Weiß jemand, wie man das Ding fährt? Wer will fahren? Jemand muss das Ding fahren. Verstanden. Fahrzeug. Hau ab. Ich fahre. Aus dem Weg. Die Karre gehört mir. Ich fahre. Und damit basta. Hau ab. Ich fahre. Aus dem Weg. Die Karre gehört mir. Ich fahre. Und damit basta. Die dicke Wumme gehört mir. Die Kanone gehört mir. Zeit für Zerstörung. Finger weg. Ich gehe an die Kanone. Die dicke Wumme gehört mir. Die Kanone gehört mir. Zeit für Zerstörung. Finger weg. Ich gehe an die Kanone. Schweres Panzerfahrzeug gesichtet. Schweres Panzerfahrzeug. Das wird ein Spaß. Heli gesichtet. Markiere Heli. Schnell. Zu der Karre. Hol mich ab und ich schlitze dir nicht die Reifen auf. Du wolltest doch nicht ohne mich abhauen, oder? Ich bringe uns in die Luft. Ich fliege. Tod von oben. Ich bringe uns in die Luft. Ich fliege. Tod von oben. Ich fahre mit. Jemand anders soll ans Steuer. Das ist mein Sitz. Legen wir los. Ich fahre mit. Jemand anders soll ans Steuer. Das ist mein Sitz. Legen wir los. Hier ist ein Sturmgewehr. Hab einen Werfer gefunden. Nimm jemand dieses LMG. Hier ist eine Nahkampfwaffe. Immer bis auf den Knochen schneiden. Markiere Handfeuerwaffe. Nimm jemand diese Schrotflinte. MP markiert. Hier ist ein Scharfschützengewehr. Und du willst ein Killer sein? Zurück ins Spiel mit dir. Wenn du nochmal eine Regel brichst, sehe ich dir beim Verbluten zu. Noch nicht. Du stirbst erst im nächsten Akt. Du stirbst, wann ich es will. Ich halte dir den Rücken frei. Bis ich dir ein Messer reinramme. Nur wir beide? Gut. Jeder Mörder braucht einen Komplizen. Mich hat's erwischt. Welche Regel habe ich gebrochen? Wer mir nicht hilft, ist als nächstes dran. Hilft mir hoch! Ihr könnt das Finale nicht ohne mich starten. Es gibt noch einiges zum Morden. Hilf mir jemand hoch. Jetzt nehme ich blutige Rache. Niemand bringt mich um und überlebt es. Wieder da und immer noch blutdürstig. Dachtet ihr etwa, es wäre vorbei? Ist gar nicht so einfach, einen Killer zu töten. Hätte das nicht ein Stuntman machen können? Ihr könnt mich nicht vor dem großen Finale rauswerfen. Im Film sieht das gar nicht so schmerzhaft aus. Nicht besonders überraschend. Aber na gut. Ich höre dich. Und jetzt? Glaubst du, du hast hier das Sagen oder so? Ah, vergess das. Schon gut. Neuer Plan. Wenn du überleben willst, folge mir. Bleib dran oder ich steche dich ab. Ich mag deinen Stil. Killer am Werk. Halt mir den Rücken frei und ich erstech dich nicht. Schalten wir sie gemeinsam aus. Keine Chance. Oh, das glaube ich nicht. Schreckliche Nacht. Nicht wahr? Hallo. Wie heißt du? Muss ich jetzt Danke sagen? Was? Willst du eine Medaille dafür? Das war nicht Teil des Plans. Das war Absicht. Ehrenwort. Habe gefährlich wenig Munition. Mir geht der Kampfsaft aus. Meine Waffe kriegt Hunger. Großes Kaliber. Werfermunition. Mittleres Kaliber. Schrotmunition. Kleines Kaliber. Lade nach. Ich wechsle das Magazin. Wechsle Magazin. Willst du sterben? Du kannst den Tod nicht töten. Die Bastarde wollten mich erschießen. Unter Beschuss. Warum sind Messer eigentlich aus der Mode gekommen? Stehe unter Beschuss. Wissen die nicht, wer ich bin? Scheiße. Werde beschossen. Bombenträger am Boden. Zurück, sonst seid ihr die Nächsten. Bumm. Bombenträger tot. Feindlicher Infanteriepanzer ausgeweidet. Feindliches Kampfflugzeug runtergeholt. Feindlicher Heli vernichtet. Erledigt. Feind abgemurkst. Todesursache? Ich. Feind erledigt. Betrachte dich als ausgeweidet. Deine schicke Panzerung hilft dir auch nicht mehr. Feindlicher VTOL eliminiert. Feindliche Konterdrohne am Boden. Geschütz ausgeschaltet. Feindliches Schildgeschütz zerfetzt. Da wurde die komplette Stadt massakriert. Feindliche Drohne geschrottet. Feindlicher Wilson vernichtet. Ich höre dich. Und jetzt? Glaubst du, du hast hier das Sagen oder so? Ha! Es braucht mehr als das, um mich umzubringen. Den Schmerz bin ich gewohnt. Macht einfach mehr Spaß. Ich verarzte mich grad. Panzerabwehrmine platziert und scharf. Claymore bereit. Überraschung! Setze Täuschgranate ein. Hast du das gehört? Ich lass ein bisschen Munition hier. Ladung platziert. Jetzt warten wir. Blendgranate geworfen. Na, wo bin ich? Werfe Granate. Granate geht raus. Gehört dir, glaube ich. Hier, fang! Behalte das mal. Ich habe, was ich brauche. Magst du Feuer? Rakete unterwegs! Schreie in Dreh, zwei... Setze Rauch ein. Wo bin ich? Hoffentlich mögen die Überraschungen. Betäubungsgranate geworfen. Setze Tränengas ein. Jetzt fangen sie an zu heulen. Benutze Termit. Trophy-System aktiv. Fühlst du dich schon sicherer? Vorsicht! Feindliches C4. Achtung, Blendgranate. Gas! 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 Achtung! Beschuss! Los! Entdeckung! Aufgepasst! Feindliche Granate. Achtung, Molotow kommt. Raketenwaffe! Wie unhöflich! Wir sehen uns in der Fortsetzung. Semtex. Da ist beschissenes Semtex an mir. Achtung, Betäubungsgranate. Termit! Mal sehen, wie du von innen aussiehst. Keine Chance. Oh, das glaube ich nicht. Du hast sie ausgenommen wie einen Fisch. Hältst du das für deinen Film? Was für ein Gemetzel. Beeindruckend. Du bist ein echter Killer. Du warst ein Überlebenskünstler. Nur ich komme mit sowas durch. Leg dich nicht mit dem Original an. Rache ist ein so vorhersehbares Motiv. Sie hätten dir den Rest geben sollen. Steh auf, bevor ich dich persönlich töte. Du wirst leben. Fürs Erste. Du schaffst es in die nächste Szene. Scheiße! Scheiße! Runter! Vorsicht! Was zum... Also bitte. Das war doch ein Kinderspiel. Ja, ja, ich hab es gesehen. Schön. Jetzt mach das nochmal. Nicht schlecht. Für einen Niemand. Code akzeptiert. Zeit für den Abspann. Erbitte Abwurf. Ohne geht es gerade nicht. Markiere Abwurfkoordinaten. Abwurfkoordinaten festgelegt. Bringt mir mein Spielzeug. Ziel markiert. Zerfetzt sie. Den Tod zu rufen ist mein Geschäft. Fordere Beschuss auf mein Ziel. Erbitte Luftnahunterstützung. Es gibt Feinde zu grillen. Brauche jetzt Luftnahunterstützung. Schickt Luftnahunterstützung. Sonst seid ihr die Nächsten. Ich habe alle meine Spielzeuge mitgebracht. Jetzt wird es interessant. Juggernaut. Was für eine überraschende Wende. Aufklärung kommt. Ich habe meine Augen überall. Erbitte Gebietsaufklärung. Treibt sie raus. Erbitte Aufklärung. Ich suche nach Beute. Konterdrohne online. Licht aus. Bringe Geschütz online. Schildgeschütz aktiv. Fast wäre ich ins Schwitzen geraten. Wo finden sie nur diese verdammten Amateure? Ein weiterer geht zu Boden. Noch ein Leben beendet. Volltreffer. Weiter. Hack weiter. Hoch mit dem Schläger. Angriff ist die beste Verteidigung. Mehr Glück beim nächsten Mal, Hurensohn. Blitzangriff. Hast du den Tod gesucht? Du hast ihn gefunden. Du schaffst mich nicht. Noch ein Strich für meine Abschussliste. Ziel ausgeschaltet. Auftrag erfüllt. Psst. Mach die Augen zu. Der kalte Krieg ist soeben entflammt. Aus dem Weg, verdammt. Bestätige Abschuss. Auf der Suche nach dem Nächsten. Was soll ich sagen? Es ist ein Kontaktsport. Lernt man sowas im Tanzunterricht? Tod. Aber sowas von Tod. Sie sollen wissen, wer das getan hat. Ich bin der Tod. Der Tod kommt auf flinken Sohlen. Musste mich nicht mal anstrengen. Ruhe in Stücken. Saftsack. Tut es weh? Sag schon. Schockierend. Feind eliminiert. Friss Scheiße und stirb. Du kannst dem Tod nicht entkommen. Jeder stirbt. Feind ausgeschaltet. Ich bin der Henker heute. Ich brauch einen Eimer. Dies ist meine Nährungsmine. Es gibt viele andere, aber diese ist meine. Du brennst, verdammt. Du musst echt mal Dampf ablassen. Hast du mal Feuer? Wer mit Streichhölzern spielt, verbrennt sich. Denen hab ich's gezeigt. Fick dich. Das war's für dich. Das war's für dich. Sauber und schnell. Bleib einfach tot. Rein in den Boden. Verdammt. Geh kaputt. Grüß deine Kumpels von mir. Ich brauch noch einen Leichensack. Du bist glimpflich davongekommen. Pass auf deine Waffe auf. Unfälle passieren. Mit Schusswaffen hast du es nicht so. Alles sieht wie ein Nagel aus. Blitzschneller Tod im Stahlmantel. Hoffentlich zählt jemand mit. Feind am Boden. Weiter geht's. Na, wie ist's gelaufen? Wie hat dir das gefallen, dämlicher Bastard? Was hast du denn gedacht wie das Ende, du Genie? Die Jagd geht weiter. Jagdsaison. Eröffnet. Wichtiges Ziel ausgeschaltet. In Bewegung. Ich bin zu alt für den Scheiß. Man muss nehmen, was man hat. Rache ist süß. Da hast du dir wohl selbst ins Knie geschossen. Richter, Geschworener und Henker. Ein typischer Bürotag. Stirb einfach, verdammt. Ich fange gerade erst an. Du willst nicht, dass ich dir nochmal in den Arsch trete. Ich bin eine Mordmaschine. Sieht irgendwie friedlich aus. Du kannst mich gehörig am Arsch lecken. Schnell ausbluten lassen. Schätze, du hast diese Niere gebraucht, oder? Deshalb bringt man ein Messer zu einer Schießerei mit. Ich brauche nur mein Messer. Aufreihen und umnieten. Deine Glückssträhne ist wohl zu Ende. Wieso eine Kugel verschwenden? Das solltest du vielleicht ansehen lassen. Mission ausgeführt. Feind erledigt. Weiter. Ziel ausgeschaltet. Gehe Abschussliste durch. Das wird nie langweilig. Hat mich nicht kommen sehen. Verdammter Anfänger. Wer will als nächstes? Na los. Nettes Messer. Wieso behältst du es nicht? Netter Versuch, Volltrottel. Neun. Zehn. Du bist raus. Du hattest keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Keine zweiten Chancen. Jetzt lachst du nicht mehr. Was? So hart warst du nun auch nicht. Das war nicht dein Tag. Einer weniger, um den man sich Sorgen machen muss. Ist nichts Persönliches. Rein geschäftlich. Ups. Ich glaube, ich habe da was kaputt gemacht. Overkill. Mein Lieblingskill. Rache ist süß. Wie hat's geschmeckt? Wo das herkam, gibt es noch reichlich. Poesie in Bewegung. Aus nächster Nähe. Kann nicht daneben gehen. Linke Kugel ins rechte Loch. Problem gelöst. Ziel ausgeschaltet. Man sieht sich. Der steht nicht mehr auf. Erledigt. Feind eliminiert. Feind am Boden. Einer weniger. Abschuss. Es ist immer schön, das Leben anderer positiv zu beeinflussen. Wann finde ich eine echte Herausforderung? Regel Nummer 1. Pass auf, wo du hin zielst. Noch ein zufriedener Kunde. Nett. So spare ich mir Munition. Wir sehen uns in der Hölle. Schrot und tot. Hättest auf deinen Rücken achten sollen. Lass deinen Arsch unten. Schlaf gut. Funktioniert auf kurze Distanz auch gut. Grab jemand ein Loch. Tut mir leid, Kumpel. Du verlierst. Tut mir leid. Es hieß du oder ich. Halt's Maul, süßer. Überraschung. Hackfresse. Süße Träume, Schätzchen. Ich mach sie alle fertig. Bringe nur kurz den Müll raus. Ziel ausgeschaltet. Fahre mit Mission fort. Der Drecksack ist erledigt. Mehr hast du nicht zu bieten? Ich bin enttäuscht. Ich hab genug von dir. Das war Perfektion. Das war's? Mehr hast du nicht auf Lager? Hier endet die Lektion. Ich glaub, ich hab jemandes Gefühle verletzt. Ganz genau. Das ist mein Haus. Tick, tack. Die Zeit ist um. Arschloch. Wie schade. Das war fast eine Herausforderung. Zu leicht. Erledigt wie im Lehrbuch. Wer behauptet, dass Gewalt keine Lösung ist? Den überlasse ich den Geiern. Für dich ist der Krieg vorbei. Seht zu und lernt, Leute. Haben wir schon Spaß? Willkommen zum letzten Tag deines Lebens. Was? Kein geistreicher Konter? Wo zum Geier hast du kämpfen gelernt? Wer will noch was? Ich hab hier eine Dose Arschschmerzen für dich. Du bist Wurmfutter. Der schlimmste Fehler, den du je gemacht hast. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Falsche Zeit. Falscher Ort. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Oh yeah. Du wurdest geschlagen. Du hattest keine Chance. Besser du als ich. Willst du ein Stück von mir? Stell dich hinten an. Und bleib unten, wenn du verdammt nochmal weißt, was gut für dich ist. Du bist fertig. Hast Glück, dass du mich an einem guten Tag erwischt hast. Mm-hmm. Ja. Huh? Uh-uh. Uh-uh. Duh. G-g-g. Ah, mow, mow, mow. Uh, 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 hihihi. Uh, huh. Na, na, na. Mwum. Ha, 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 pah. Huh? Hoo. Jemand sollte das filmen. Mir nach. Ich will die Hände sehen. Lass mich nicht hängen. Bring mir es hinter uns. Ah ah. Vergiss es. Peng, peng, peng. Achtung. Das ist mein sarkastisches Gesicht. Wen soll das interessieren? Die Zahlen, Mason. Was bedeuten sie? Was zum Geier? Boom. Zerquetscht. Mit mir kannst du nie mithalten. Gib dein Bestes. Komm her. Auf dieser Kugel steht dein Name. Du bist erledigt. Sieht nicht gut aus für dich. Du bist am Arsch. Ich mach dich fertig. Ich mache kurzen Prozess. Oh, jetzt geht's rund. Tun wir es. Du und ich. Los geht's. Der da gehört mir. Versuch es einfach. Du und ich. Gleich jetzt. Du bist als nächstes dran. Ich zerquetsch dich wie eine Walnuss. Was glaubst du, wie das endet? Das war's schon? Das gefällt mir. Zeit für Vergeltung. Alle in Sicherheit. Wie schade. Willst du sterben? Nein? Dann ab in die Sicherheitszone. Nur wer seine Innereien sehen will, sollte aus der Sicherheitszone bleiben. Die Sicherheitszone ist weit weg. Jetzt aber schnell. Eine Kopfgeldjagd? Ich bin für die Jagd geboren. Schmuggelware? Nicht mein Stil. Aber jeder, wie er will. Ein Auftrag? Ich arbeite eigentlich eher auf eigene Faust. Die sind so gut wie tot. Aufklärung? Ich würde sie lieber bluten lassen. Aber wenn es sein muss? Plündert ein bisschen Ausrüstung und verbreitet Schrecken. Hamstern? Ich liebe Schnäppchenjagd. Versorgungsstation? Seid ihr so schwach, dass ihr sie braucht? Die Versorgungsstation ist nah. Du stirbst erst, wenn ich es sage. Hier ist Primärausrüstung. Na, wer will etwas Spaß haben? Taktikgranate markiert. Großkalibrige Munition hier. Markiere Werfermunition. Mittleres Kaliber entdeckt. Markiere Schrotmunition. Wer braucht kleines Kaliber? Kann den Aufsatz jemand gebrauchen? Hier ist ein Visier. Seht ihr den Transportballon? Ja, habe ich gesehen. Ich trage eine Maske. Keine Augenbinde. Fass das an und ich bring dich um. Ich greif zu. Finger weg. Das gehört mir. Ich kümmere mich um dein Ziel. Verstanden? Ich komme. Du und ich. Schnappen wir sie uns. Ich sehe dich. Zeit zu spielen. Da ist mein nächstes Opfer. Was für ein schöner Mord. Von der Liste gestrichen. Das wird eine ordentliche Todesliste. Und ein weiteres Opfer. Feind geschlachtet. Hast du heimlich geübt? Da bewegt sich was. Opfer gesichtet. Das gehört mir. Zahlreiche Ziele gesichtet. Fiese Sache. Sie haben Fallen gelegt. Feindliche Fallen hier. Macht keinen Unsinn. Vorsicht. Feindliche Fallen geortet. Schweres feindliches Panzerfahrzeug. Kontakt. Feindliches Fahrzeug. Feindliche EMP-Drohne. Verdammt. Wo ist unsere Beute? Feindlicher Einstieg. Sollen wir eine Überraschungsparty schmeißen? Markiere feindliche Landezone. Braucht jemand diese Gasmaske? Ich sehe sie. Aber wie kriege ich die über meine Maske? Gut. Bin unterwegs. Kopfgeldauftrag gefunden. Gehen wir auf die Jagd. Da ist ein Schmuggelwareauftrag. Wenn jemand will. Auftrag identifiziert. Meistgesuchtauftrag identifiziert. Hab einen Aufklärungsauftrag gefunden. Plünderungsauftrag lokalisiert. Hamsternauftrag identifiziert. Vorräte im Visier. Feindlicher Infanteriepanzer. Kampfflugzeug im Visier. Feindlicher Heli. Feindlicher Juggernaut. Feindlicher VTOL. Feindliche Aufklärung. Sie beobachten uns. Feindliche Konterdrohne. Feindliches Geschütz entdeckt. Schildgeschütz verfügbar. Feindlicher Wilson. Wollt ihr mich wirklich hinter euch haben? Blickt nicht über eure Schulter. Ich bin direkt hinter euch. Setze Wegpunkt. Wegpunkt markiert. Bewegung. Genau da. Das ist mein Jagdgebiet. Und so beginnt das Morden. Da ist der Tatort. Stapeln wir ein paar Leichen. Da. Das ist die Absprungzone. Sehe ich etwa wie ein Amateur aus? Das ist eine gute Stelle für ein Massenmord. Landen wir da. Dann verschone ich euch vielleicht. Wir sind hier nicht die Ersten. Seid vorsichtig. Hier ist schon alles ausgeplündert. Haltet die Augen nach einem Hinterhalt offen. Schon ausgeplündert. Warum habe ich das Gefühl beobachtet zu werden? Zugangskarte lokalisiert. Brauche Panzerung. Ich brauche eine Waffe. Sonst schaffe ich es nicht bis zum letzten Akt. Brauche großkalibrige Munition. Hat jemand Werfermunition übrig? Brauche mittleres Kaliber. Wer hat Schrotmunition? Ich brauche kleinkalibrige Munition. Sehe Auftragsziel. Objekt markiert. Eine Weste schützt vor Stichen. Feldaufrüstung hier. Hat jemand dafür Verwendung? Hier ist erste Hilfe, falls jemand so dumm ist, sie zu brauchen. Einsatzschild hier. Markiere Einzahlungsbereich. Bestätige den Einzahlungsbereich. Geldkiste markiert. Jackpot. Geldgesichtet. Bingo. Händler markiert. Vorratsstation. Verstanden. Ich höre dich. Und jetzt? Glaubst du, du hast hier das Sagen oder so? Ah. Vergess das. Schon gut. Neuer Plan. Ich höre dich. Und jetzt? Glaubst du, du hast hier das Sagen oder so? Ich blute. Hilft mir mal. Wer mir nicht hilft, ist als nächstes dran. Hilft mir hoch. Ihr könnt das Finale nicht ohne mich starten. Muss ich jetzt Danke sagen? Was? Willst du eine Medaille dafür? Transporthelikopter gesichtet. Weiß jemand, wie man das Ding fährt? Wer will fahren? Jemand muss das Ding fahren. Verstanden. Fahrzeug. Hau ab. Ich fahre. Aus dem Weg. Die Karre gehört mir. Ich fahre. Und damit Basta. Die dicke Wumme gehört mir. Die Kanone gehört mir. Zeit für Zerstörung. Finger weg. Ich gehe an die Kanone. Schweres Panzerfahrzeug gesichtet. Schweres Panzerfahrzeug. Das wird ein Spaß. Heli gesichtet. Markiere Heli. Schnell. Zu der Karre. Hol mich ab und ich schlitze dir nicht die Reifen auf. Du wolltest doch nicht ohne mich abhauen, oder? Ich bringe uns in die Luft. Ich fliege. Tod von oben. Ich fahre mit. Jemand anders soll ans Steuer. Das ist mein Sitz. Legen wir los. Hier ist ein Sturmgewehr. Hab einen Werfer gefunden. Nimm jemand dieses LMG. Hier ist eine Nahkampfwaffe. Immer bis auf den Knochen schneiden. Markiere Handfeuerwaffe. Nimm jemand diese Schrotflinte. MP markiert. Hier ist ein Scharfschützengewehr. Und du willst ein Killer sein? Zurück ins Spiel mit dir. Wenn du nochmal eine Regel brichst, sehe ich dir beim Verbluten zu. Noch nicht. Du stirbst erst im nächsten Akt. Du stirbst, wann ich es will. Ich halte dir den Rücken frei. Bis ich dir ein Messer reinramme. Ich brauche keine Verbündeten. Nur Opfer. Ich mach das schon. Wie immer. Nur noch ich? Zeit für das große Finale. Nur wir beide? Gut. Jeder Mörder braucht einen Komplizen. Mich hat's erwischt. Welche Regel habe ich gebrochen? Wer mir nicht hilft, ist als nächstes dran. Helft mir hoch. Ihr könnt das Finale nicht ohne mich starten. Es gibt noch einiges zum Morden. Hilf mir jemand hoch. Ja, ich bin nicht derjenige, der hier bluten sollte. Oh, so ein bisschen Schmerz hält mich nicht auf. Dafür wird jemand bezahlen. So haben wir nicht gewettet. Ich bin noch nicht tot. Und muss dich schon mehr anstrengen. Untertitelung des ZDF, 2020